Servus aus Bayer Metals. Ich habe heute wieder ein paar Upfit Inspirationen für euch aus unserer ganzen tollen neuen Kollektion. Ihr wisst ja, wir haben bergeweise eingekauft und das möchten wir euch natürlich jetzt einfach ein bisschen so der Reihe nach wieder präsentieren. Ich habe jetzt hier auch gleich den ersten Look für euch an und zwar wie gehabt sportlich einfach überall tragbar. Und wie ihr ja wisst einfach, wir haben immer einfach tolle Accessoires. Ich habe jetzt ja auch wieder unseren Shopper Adam dazu gewählt. Er hat auch so einen richtigen schönen beige Ton, finde ich. Also den kann man einfach immer und überall tragen und ich zeige euch noch mal. Er hat ja praktisch hier diese Innentasche und was einfach auch praktisch ist, man kann ihn einfach durch diesen Schlitz hier einfach toll auch über der Schulter tragen. Dann habe ich diese tolle Hose für euch an und zwar ist das jetzt mal ein bisschen auch wieder was für ein bisschen Curvy Girls. Die Hose hier, die hat wieder, ähnlich wie unsere Kargo Hose, hat hier wieder die Taschen und einen Gummibund und auch hinten aufgesetzt Taschen. Aber die Hose fällt jetzt viel, viel größer aus. Also die passt bis zu einer guten Größe 42, ich möchte fast sagen eigentlich bis zu einer 44. Also die gibt hier wirklich sehr schön nach. Ist sehr lässig gemacht, in einem schönen beige Ton oder Creme Ton. Den könnt ihr eigentlich überall dazu anziehen und ich zeige euch also dann noch ein paar andere Kombinationen dazu. Dann komme ich zu diesem tollen Pullover. Also das ist ja auch einer unserer Neuzugänge und zwar ihr seht schon, der hat hier praktisch so abgesetzte Bündchen in so einen Braunton, also ganz toll gemacht. Und das gleiche findet ihr auch unten am Saum. Und dann hat es diese schönen Herzen hier mit so diesen Glitzersteinen, also auch in so einem Top-Ton. Ist also kein aufdringliches Glitzer-Glimbim, sondern einfach ein bisschen dezenter Glitzer hier mit diesen drei Herzen. Der Pullover, der passt euch auch wieder bis zu einer guten Größe 42, also es ist schön Oversize gemacht. Ja und es ist ein absoluter schöner Bessie-Pullover, den könnt ihr eigentlich immer und überall tragen. Auch das nächste Oberteil ist wieder neu in unserem Shop und ja, es ist einfach ein bisschen Farbe im Spiel. Ist auch wieder so schüttlich schöner Oversize-Pullover hier mit diesem Love in diesen, ja Neon-Farben, finde ich, macht einfach gute Laune und passt also auch hier super schön wieder zu dieser Bessie-Hose und auch dieser Pullover ist ein bisschen was für Curvy-Models, denn das passt euch locker bis zu einer Größe 44 und ist einfach ein ganz lässiges Teilchen und hat ein bisschen mehr wie so eine, bisschen wie so Strick-Qualität, also wirkt ein bisschen mehr wie so ein Pullover. Ist aber nicht so dick, also ist einfach auch ein mega Teil und habt hier einen super tollen Look. Auch der nächste, ja so Splatter-Pullover ist einfach wieder einfach nur Hammer und zwar, das ist wirklich hier mit diesem wunderschönen Sneaker im Leo-Design, auch ein bisschen mit Glitzer und hier dieses dezente Herz. Und auch der Pullover hat wieder diese schöne abgesteppte Naht hier mit so einem schönen Braun- und Camel-Ton. Ist also auch wieder bis zu einer Hudengröße 42, wirklich ein schöner Green-Ton, also passt jetzt ja auch super schön zu der Huden dazu, allein schon durch dieses Beige mit dem Sneaker. Ja, und es ist einfach auch wieder ein absoluter Basic-Look, einfach und überall tragbar. Dann haben wir auch diesen tollen Mantel hier neu im Shop. Es ist ja trotzdem noch ein bisschen frisch, der Frühling lässt noch ein bisschen auf sich warten, beziehungsweise diesen Mantel könnt ihr eigentlich genauso im ganzen Frühling noch anziehen. Hat auch total trendige Farben, hier ein bisschen so mit Camel und Flieder und Schwarz. Es ist also eine absolute Trendfarbe, diese Jacke. Ist eigentlich gemacht wie fast unsere ganzen Wolle-Jacken. Hat hier zwei Knöpfe, passt bis eine normale Größe 42, hat hier zwei Taschen. Ja, ist innen auch gefüttert, das ist also hochwertige Qualität. Ist also auch ein mega tolles Teil. Dann habe ich den nächsten Frühlings-Look für euch angezogen. Und zwar ist es dieses Hammer-Outfit. Und zwar darf ja nicht fehlen, Flieder einfach, ja, wie sagt man Flieder, das neue Schwarz, sag ich jetzt, keine Ahnung, aber es ist einfach. Flieder muss man einfach haben. Hier mit diesem schönen Glitzer-Piece-Zeichen, also aber nicht zu aufträglich, also es ist jetzt praktisch nicht so Boom, so Glamour, Glitzer, Funkel. Es glitzert leicht, aber einfach angenehm. Das Sweatshirt ist also auch wieder sehr schön Oversize geschnitten. Ihr seht, das ist der Schnitt hier. Vorne ein bisschen kürzer, hinten auf jeden Fall länger. Natürlich einfach immer wieder schön ein bisschen in die Hose gesteckt. Ist also einfach ein tolles Teil, also ist auch nicht zu dick, also das ist jetzt schon ein bisschen so frühlingshafterer Sweaterstoff. Und ist einfach ein absolutes Must-Helf und passt locker bis zu einer Größe 44. Dazu gewählt, wie immer, einfach eine unserer Taschen in der Farbe Purple oder halt einfach auch Lilla auf Lieder. Ihr seht, wir haben die Taschen wirklich in allen Farben, passt also einfach überall dazu. Und ja, es sind einfach Allrounder und wir führen die wirklich seit Beginn an, haben wir diese Taschen einfach bei uns im Sortiment. Ja, dann komme ich zum letzten Look für heute und zwar habe ich jetzt einfach auch nochmal unseren Basics, einen Basics-Wett dazu angezogen. Ich habe hier auch wieder zu dem Pink unseren Shopper Adam dazu kombiniert. Ist also auch, ja, ein Look dem eigentlich immer gemütlich, einfach cozy. Und finde ich einfach ganz süß gemacht hier mit diesem gelben Smiley und dieser Schrift. Ich lege mal die Tasche weg. Ja, so seht ihr den Sweater besser hat, also wie er eine Kapuze ist, also ein Hoodie. Ist ein kleines bisschen, ja, ein ganz normaler Sweatshirtstoff halt gemacht. Und auch wieder ein bisschen Oversize, also der passt euch auch wieder bis zu einer guten 42 oder hat einfach 42, auch die Ärmel sind schön lang. Und diesen Sweater, diesen coolen, den gibt es auch noch in diesem wunderschönen, ja, so einen Green-Ton. Es ist nicht rein weiß, es ist so ein Green-Ton und finde ich also genauso schön. Also ihr seht, ja, ist einfach mal wieder toller Sweater. Das war's für heute, Mädels. Das war jetzt wieder ein paar Sachen aus unserer neuen Kollektion. Wie ihr wisst ja, wir lieben einfach Basic-Ware und die bekommt ihr bei uns einfach rauf und runter. Auch ein bisschen die Größen haben wir ja auch zum Teil bis gute Größe 42, manchmal sogar bis zu einer 44. Und manchmal haben wir auch für die ganz schmalen Frauen was. Und wir hatten ja den Haul auch schon mit der Isi und da seht ihr auch, ihr könnt praktisch diese Mode in jedem Alter tragen. In dem Sinn wünsche ich euch heute einfach einen wunderschönen Tag.